Frau Dr. Foltzmer, Sie haben ja selbst eine der größten Untersuchungen zur Astrologie an der Universität Saarbrücken durchgeführt. Wie bewerten Sie als Expertin die Astroshows im Fernsehen und die Tageshoroskope in der Boulevardpresse? Ja, das ist richtig. Ich habe eine sehr große Untersuchung zur Astrologie an der Universität Saarbrücken durchgeführt, auch mit signifikanten Ergebnissen zur Astrologie. Aber mir ist natürlich klar, dass das keinen Beweis für die Astrologie darstellt. Das ist ein Beleg und damit wird der Diskurs zur Astrologie aufgenommen. Wichtiger erscheint mir auch, dass wir jetzt ein Buch herausbringen, Wissenschaft und Astrologie. Im Herbst kommt es raus, beim Chiron Verlag. Auch da lassen wir viele Experten zu Wort kommen, Professoren, auch Praktiker. Auch da ist es klar, das ist ein Diskussionsbeitrag. Aber wichtig erscheint mir, wenn Sie mich nach Astroshows fragen, dass wir uns da sehr deutlich distanzieren, auch zu Tageshoroskopen, in Zeitschriften, das gehört zur Boulevardpresse, ist aber nicht das, was wir wirklich unter einer verantwortungsvollen Astrologie verstehen. Sie waren ja auch einige Jahre Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes. Da hat man sicher auch Sie gefragt, ob Sie sich selbst und Ihr Wissen in diese Astroshows einbringen wollen. Das ist ein glattes Nein, habe ich dazu gesagt. So kann man die Menschen nicht behandeln. Man lässt sie quasi allein mit Aussagen, die sie teilweise überhaupt nicht verkraften. Und es werden auch nicht die Grenzen der Astrologie eingehalten. Denn wenn man Astrologie einigermaßen seriös betreiben will, muss man wissen, dass man nichts Menschen sagen darf, was sie belastet. Glauben Sie denn, dass den Menschen eine solche Beratung überhaupt gut tun kann? Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Klienten zufrieden sind mit der Beratung. Das betrifft aber nicht Astroshows, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen. Das würde ich sagen, fällt ein Stück weit auch unter unseriöse Astrologie. Es wird einfach den Menschen etwas versprochen, was Astrologie so nicht halten kann. Es ist an der Astrologie was dran, davon bin ich überzeugt. Aber ich kann nicht erklären, warum. Wie wird denn das Buch Wissenschaft und Astrologie, das im Herbst 2011 erscheint, zeigen können, dass die Astrologie auf einem sicheren Fundament steht? Astrologie ist ein umstrittenes Gebiet. Wir haben keine sicheren Beweise für die Astrologie. Aber dennoch lässt sich wissenschaftlich darüber diskutieren. Was, glaube ich, doch deutlich wird, ist, dass astrologische Beratung sehr wohl gute Erfolge haben kann. Und in dem Buch äußere ich das auch, dass es starke Evidenzerlebnisse gibt in puncto Astrologie. Dass es also die Überzeugung gibt, dass da was dran ist. Aber warum und wieso man sich das vorstellen kann, das bleibt offen. Vielen Dank für Ihre Gesprächsbereitschaft, Frau Dr. Volzmann.